aus Mekowitsch das Tor sich russisch an ich mag großen er sieht aber wir stehen aber auf die Welt riechst du das auch wir müssen die Tür aufkriegen ich gehe rein gesichert heilige Scheiße das ist eine Goldmine das ist ein Operationsraum anscheinend wollten sie zerstören nein, guck doch packt alles ein und nehm es mit äh, guck doch falsch geschrieben was will ich nochmal sagen das ist radioaktiv findest du die Idee gut wir haben keine Wahl scheiße weißt du was das ist nuklear bomben russische naja, gucken äh, falsch geschrieben und gegeschrieben da ist noch Platz für zwei wo zum Teufel sind die anderen beiden hey, das müsst ihr euch ansehen da scheiße das ist Al-Bashir wer ist der andere? keine Ahnung sie kommen runter wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen was ist mit den Infos nein, keine Zeit schnappen wir uns die Bombe und dann weg das ganze Gebäude stürzt gleich ein hier, Misfit 1-3 hier, Führung Misfit, ich höre Misfit wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert break es könnte noch mehr geben Misfit 1-3 Kontakt bricht ab hast du Massenvernichtungswaffe gesagt bitte wieder erholen kein gutes Zeichen so schlimm kann das doch gar nicht sein wir haben hier wir haben uns ja durchgemetzelt wir sind Imba Pro ich würde den ganzen Tag so weitermachen das könnt ihr mir gar nicht vor das könnt ihr das könnt ihr mir nicht glauben ich würde die externe Fassplatte nicht so voll machen ansonsten kriege ich wieder Hauhau von meinem Vater wobei ich könnte ihn fragen, ob ich die große 2TB benutzen könnte ja aber wir merken übelsten Unterschied ich mache das auf eine externe Atombomben haben Sie dort haben Sie dort gesehen gesehen eine eine also eine nur eine nur eine aber Platz für drei nur weil ich nachts Lichter sehe heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt wir glaubten, dass es mal drei waren und ich glaube, dass Elvis noch lebt ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten was ist mit den anderen Bomben ja, eine ist von hier dann wissen Sie also nichts von Paris? was? Sie haben verstanden er hat es nicht verhindert wer hat was nicht verhindert meinen Sie ihn? er war früher russischer Spetsnaz Wimpeleinheit Dimitri Dima Majakovski genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht wir wissen, dass Sie ihn kennen wir sind uns begegnet wollen Sie damit irgendwas andeuten? wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, die sag ich Ihnen wir wissen nicht viel mehr als Sie der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima woher ich zurückkommen wollte man merkt wirklich, wenn man auf eine externe Fisplatte direkt macht da sind so viele Rucklerwerke Dima, ich hoffe, dass die Amerikaner das nicht tun können in New York die Gruppe, die Regeln der Regeln ja, das ist wichtig, dass die soziale Runde dass sie nicht tun können das ist für die politische Politik wenn man nicht mehr als Sie wenn man sich überrascht wird, dann wird er in die Russen dann Millionen Menschen sterben und einige mörderen polizeistische Hörnbein bei der Säule Solomö, der verdammt psychisch der, dass sie durchgebracht hat, er will trotzdem drüber Solomö, er ist psychisch, aber natürlich weiß, was er will das ist, dass sie mit seinen Zählen sind Du erinnerst, dass wir hier in der Triumfalen Arke waren? In der Unglösung des Soldaten. Du erinnerst, was du gesagt hast? Wenn wir Menschen wissen, wer hier ist, wer hier ist, wer hier ist, wer hier ist. Ja, heute einige Menschen wissen, was wir für Menschen gemacht haben. Du verstehst, ich denke immer über das Thema. Das tut mir leid. Aber ich versuche es sich selbst zu retten. Wir befinden uns zu den Abmönen. Wir sind in der Zollung von Fonds. Dima! 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 Wir haben den Epi-Blocker. Solomone kann nicht aktivisieren, wenn wir in der Nähe von ihm sind. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Wir sind bereit. Ich weiß, dass wir in der Zollung schreien können. Er kann auf die Energie werden. Alle sind bereit? Los geht's! Dima! Gespiet! Das nennen wir Totschießen! Geparkt. Geparkt. Hoffentlich kriegt kein Knöllchen. Nalalalalalala. Es sind noch einige Bugs. Aber es ist, es muss wirklich ein bisschen darauf achten. Ansonsten merkt man es nicht. Äh, wovon? Äh, das ist ja erledigt. Äh, und wie? Einfach umboosten, oder? So war es eventuell falsch. Aber um die Ecke springt. Aber um die Ecke springt. Du sagst... Los, Bloodscreen, geh weg! Den hat's erwischt. Den hat's erwischt. Ich glaub, die externe Festplatte geht so langsam auch voll. Ja, bald ist auch... Erstmal das Limit ist erreicht für die Festplatten. Bedeck, Bedeck. Untertitelung des ZDF, 2020